Hallihallo, liebe RambazambaTV-Freunde, recht herzlich willkommen im neuen Video-Deal in der nagelneuen App. Wie ihr gemerkt habt, ist ja heute die App komplett aktualisiert, komplett neu designt geworden. Sagt man das überhaupt so? Neu? Egal. Es ist so, wie es ist. Die ist neu und ja, vielleicht sind die ein oder anderen Funktionen noch nicht so richtig da. Wir hoffen, dass alles funktioniert hat. Ich habe es selber noch nicht geguckt. Ab 18 Uhr geht es wohl los. Vielleicht geht es jetzt schon. Wir werden jetzt gleich einen neuen Deal hochladen und zwar einen Kaffeetrinker-Deal mit Leckereien. Bevor wir dazu kommen, nochmal den kleinen Hinweis. Ihr habt es ja vielleicht alle gelesen mit Christian, mit Ferti. Ja, wir sind alle noch nicht so richtig realisiert, haben wir es noch nicht. Wir sind alle noch ein bisschen geschockt und müssen halt trotzdem irgendwie weitermachen. Das Leben geht weiter und wir versuchen, das Ganze halt jetzt irgendwie noch so zu machen. Es ist vielleicht deswegen heute nicht ganz so spaßig und nicht ganz so voller Temperament. Aber wir müssen irgendwie weitermachen. Okay? Also, wir haben einen Kaffeetrinker-Deal. Wir haben den einmal, und da müsst ihr beim Bestellen nachher darauf achten. Wenn ihr bestellt, wir haben Kaffeetrinker-Deal rot, dann ist das die rote Kaffeemaschine. Glaskanne, Standard, drei Jahre Garantie, Discounterware, alles so wie sein soll. Ja? Rot. Ja? Haben wir für Preis? 14,14 Euro. Da gibt es aber, und das ist der Kracher wieder mal, die Kaffeemaschine. Und die Kaffeemaschine gibt es geschenkt im Prinzip und sogar noch Geld. Warum? Ihr kriegt von diesem Dr. Edgar leckeren Kuchen-Schokoladen. Die kosten 1,49 Euro draußen. Das heißt, 3, 6, 9 Euro, 18 Euro. Aber ihr bezahlt nur 14,14 Euro. Also, die Kaffeemaschine kriegt ihr geschenkt plus Geld. Ja? Also, die gibt es dazu. Und zwar zwölfmal von diesen leckeren Mini-Kuchen. Das sind so, guck mal hier, leckere kleine Kuchen. Ja? Ohne Alkohol. Also, so richtig schön lecker. Willst du mal reinballen? Nein. Oh. Also, kleine Mama-Kuchen-Ecken. Richtig lecker. Wenn das schön ist, immer in diesen frischen Pack. Man kann die schön mitnehmen. Und hier ist noch ein Gutschein drauf. Sieht man den? Ja. Der ist nämlich noch gültig. Genau. Dann kann man bei jeder Packung sich nämlich bei Dr. Edgar hier so eine Kuchen-Etagere, wo man die drauflegen kann oder so, abholen. Oder beziehungsweise schicken. Ist das nicht der Hammer? Also, kriegst du noch zwölf Etagieren dazu mit Wert von 5 Euro. Also, das Geschenk im Geschenk. Ja? Also, ist schon ein Wahnsinns-Stil. 14,14. Die Kaffeemaschine kostet allein so viel. Und für 18 Euro gibt es lecker, lecker. Docker, öcker, lecker, lecker. Kleine Kuchenriegelchen dazu. Das Gleiche gibt es auch in schwarz. Da musst du drauf achten. Wir haben auch nachher aufs Bild schwarz auf die schwarze Kaffeemaschine und rot auf die rote Kaffeemaschine geschrieben. Aber nicht, um euch auf den Arm zu nehmen, sondern weil immer wieder Leute sagen, aber ich habe doch die schwarze bestellt. Ja, aber warum hast du dann auf rot gedrückt? Rotes Bild mit rot, also, ne? Da musst du schwarz drücken. Also, schwarze Kaffeemaschine, auch mit Edelstahls, genau dasselbe. Die selbe Kaffeemaschine. Und es gibt auch dasselbe dazu. Glaskalle 1,2 Liter und so weiter. Und Dauerfilter ist drin. Und Dauerfilter, genau. Guck mal. Das ist nämlich eine richtig schöne Kaffeemaschine. Schau mal. Ja, da geht der Brü... Ja, das ganze Brühteil hier mit hoch. Ja? Richtig einzufüllen. Und hier Dauerfilter mit drin. Ja? Also, alles immer komplett so, wie es ist. Antitropf natürlich hier, ne? Das ist diese Antitropffunktion. Wenn du hier unten rausnimmst, ja? Dass man das mal so sieht, ist die Kanne drin, läuft nichts mehr durch. Raus Antitropf. Ja? Also, alles mit dabei. Schwarz. Da gibt es auch diese 18 Euro Dr. Oetker Leckereien dazu. Und jetzt guckst du im Hintergrund. Da siehst du dann für die ganzen Kaffee-Brutalo-Trinker, so wie ich, ja? Deswegen bin ich wahrscheinlich auch immer so aufgedreht. Eine Kaffeemaschine, auch wieder Dauerfilter und so weiter. Alles mit dabei. Ne, da ist kein Dauerfilter drin. Ne, da ist keiner drin. Oder ist das ein Dauerfilter? Ne. Antitropfschutz, ja? Alles dabei, aber dafür zwei Thermoskannen. Hier vom Allerfeinsten. Hier, ne? Mit Auslassautomatik. Guck mal. Und richtig schöne Thermoskannen mit Silikonverschluss. Also richtig vom Allerfeinsten. Und zwei sind dabei. Ja? Auch vom Discounter. In dem Fall. Da machen wir was für den Preis dran. 23, 23? 23, 23. Aber auch mit lecker, lecker. Haben wir, haben wir 18 Euro. 18 Euro. Hast du ja für die Kaffeemaschine dann der Rest bezahlt. 4,22 Euro. Ja, oder? So ungefähr. Also, mit zwei Thermoskannen. Fürs Büro, für wo auch immer. Wir haben von jedem ungefähr 100 Deals. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Es geht immer relativ schnell. Rot, schwarz oder doppelt. Okay? Beim Bestellen bitte drauf warten. Und gleich kommt noch ein Eismaschinendeal. Bis dann. Tschöööööö. Vielen Dank.